Und was machen wir jetzt? Der Zug kommt um 51. Soll es sich. Der Zug kommt um 51. Soll es sich ein, die wir jetzt noch nicht machen. Soll es sich ein, was wir jetzt hier noch nicht machen, so wir können uns hier hin. Das ist ein, was wir jetzt nicht so gemacht. Soll das nicht so machen ist. Hier werden wir jetzt hier noch mal an. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2021 Untertitelung. BR 2018 Aber es wird definitiv etwas außerhalb sein. Und ich habe seine Großmutter. Sie hat es mir gegeben. Und ich weiß nicht, wie sie in es passt. Denn ich bin ein Giant. Und sie ist klein. Sind Sie excited? Ja. Sind Sie excited? Ja, ich denke ich bin. Das ist wie mein Opa. Der zieht sich auch den Anschein. Gehört immer an, wenn er schon losgefahren ist. Danke. Ja, jetzt habe ich gar keine Ahnung, was wir machen. Das haben wir noch keine Ahnung. Ist da nicht Outdoor? Ich habe es auch noch nie gemacht. Machst du auch mit? Ich mache mal mit. Ich mache mal mit. Wusstest du, dass wir das machen? Nee. Dachtest du, wir gehen reiten? Ja. Achso. Ich dachte, wir gehen reiten. Weil du zieh dich warm an. Und du musst die lange Jacke nicht anziehen. Und woher weiß ich jetzt, welche ich nicht anziehen soll? Ich sage, wir gehen nicht undiro. Ich gehe einen Auszug auf. Ja. Das ist hier. Falschen. Sä $5. Das ist die NIE. Das ist der NIE. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja, genau. Die sind sehr cool. Ja, genau. Kacke! Kacke! Das ist gut, was ich? Ja, das ist gut. 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 Ich habe eine Frage, was wir machen? Ja. Was wir machen? Ja. 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 Um, so I did have a guess. I tried to guess what we do. Mr. Tokio, he insisted on me putting on a lot of layers. I was like, okay, so we're gonna go outside a lot. So I thought, oh my god, we're gonna go horse riding. Oh my god, I'm so excited. And we came here, I was like, well, this is not a farm. And we went inside, I was like, oh my god, we're doing it. And he's doing it with me. I'm really happy. It's quite something, isn't it? There are so many beautiful fabrics and colors that I am a little bit afraid that I didn't choose the right one. I think in the end it will look beautiful either way. And they're even gonna do my hair. By the way, this is my outfit right now. Very stylish. This is actually my boyfriend's pullover. These are pants that are thrifted from the men's section because my legs are like two meters long. I don't know. I kind of look like a mechanic. Kind of, right? Like, okay, let's get to work. Where is the scissors? Yeah. Oh, you have to pull out a few layers. Oh, okay. Everything you can see. No, no. Not too late. It's crazy. It's sort of a graphic. You look very familiar. You look really good, others. I know. It's true. Look at this. Yeah. It's really good. It's really good. It's really good. You look pretty cool. It's really good. Jetzt oder was? Jetzt? Bist du ohnmächtig? Einmal nicht los. Stecki. Stecki? Stecki ist. Stecki. 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 Wir sind in Okage-Yokocho, und das ist eine Anchein-Street. Luckily, die Kimono-Shop, die wir in unsere Outfits verabschieden haben, ist wirklich, wirklich zu der Yokocho. Und jetzt haben wir die Chance zu gehen, in unsere super cool und beautiful Outfits. Und es ist so viel hier, und die Leute schauen uns nonstop an. Ich denke, das ist, weil ich nicht-Japanisch bin und ich bin ein Kimono-Shop, und ich bin so großartig. So, ja, die Leute schauen uns ein bisschen. Es ist irgendwie lustig. Und heute, ich werde definitiv essen Udon, das ist wirklich dick Udon-Noodle. Mr. Tokyo is called Mr. Ise today, because we're not in Tokyo anymore. We're not in Tokyo anymore. We're not in Tokyo anymore. ... und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Jeremy und hier, wir uns her.